Herzlich Willkommen! Mein Name ist Harald Freunieder. Ich bin hier bei Engel, der technische Leiter und für die Konstruktion unserer Produkte am Standort verantwortlich. In diesem Video möchten wir euch heute zeigen, wie wichtig ElektrotechnikerInnen bei uns im Unternehmen sind. Aber am besten kommt mit und seht euch das selbst an. Als Weltmarktführer im Bereich der Kunststoffmaschine spielen ElektrotechnikerInnen eine wesentliche Rolle für unser Unternehmen. Wie viele vielleicht nicht vermuten werden, ist der Bedarf an ElektrotechnikerInnen im Maschinenbau und speziell in der Kunststoffmaschine sehr groß. Neben einem sicheren und spannenden Job stehen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in Aussicht. Neben anderen Ingenieursdisziplinen spielen die Elektrotechnik und die Elektronik eine wichtige Rolle für eine sichere und eine effiziente Spritzgießmaschine. Elektrotechnik ist die Basis für den ökologischen Footprint unserer Kunststoffmaschine. Der Job unserer ElektrotechnikerInnen besteht darin, die Ausstattung der Maschine zu berechnen, zu konstruieren und gemeinsam mit dem Einkauf die Lieferanten festzulegen. Hier nutzen unsere ElektrotechnikerInnen die modernsten Werkzeuge und Konstruktionsprogramme, die es am Markt gibt. Aber am besten schaut euch das jetzt selbst an. Als Elektrotechnik-Ingenieur bei Engl ist meine Arbeit sehr vielfältig und abwechslungsreich. Zu meinen Hauptaufgaben gehört unter anderem die elektrotechnische Konstruktion von kundenspezifischen Maschinen. Um die Konstruktion so effizient wie möglich zu gestalten, arbeiten wir mit hochentwickelten Konstruktionsprogrammen und Werkzeugen und durch meine HTL-Vorausbildung kann ich mein Wissen sehr gut in der Praxis umsetzen. Gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen arbeite ich auch aktiv an der Weiterentwicklung unserer Konstruktionstechnologie mit. Dabei sind vor allem Teamwork und konstruktive Lösungsansätze gefragt. Wir sind auch ständig in enger Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen im Produktionsbereich und im Schaltschrankbau. Die direkte Kommunikation mit den Kollegen im Produktionsbereich ist essentiell, um zu gewährleisten, dass unsere Konstruktionen auch wirklich passen. Ihr seht, wie vielseitig Elektrotechnik sein kann. Nebenbei stehen Elektrotechnik-Absolventinnen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in Aussicht. Im Produktmanagement, der Entwicklung oder im Softwarebereich. Die Megatrends Digitalisierung, Automatisierung und die Erstellung von Assistenzsystemen benötigen ebenso elektrotechnisches Fachwissen. Elektrotechnik ist einfach ein Gebiet, das sich ständig erweitert. Und ich bin überzeugt, dass es künftig die Basis vieler unserer Innovationen sein wird. www.rendsdysadio.com Untertitelung des ZDF, 2020